Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht Der Schnellzug tastet sich und stößt die Dunkelheit entlang. Kein Stern will vor, die ganze Welt ist nur ein enger Nachtumschienter Minengang, da rein zuweilen Förderstellen blauen Lichtes jähe Horizonte reißen. Feuerkreis von Kugellampen, Dächern, Schloten, dampfend, strömend, nur sekundenweiß und wieder alles schwarz, als führen wir ins Eingeweihd der Nacht zur Schicht. Nun taumeln Lichter her, verirrt, trostlos, vereinsamt, mehr und sammeln sich und werden dicht. Gerippe, grauer Häuser, Fronten liegen bloß im Zwielicht bleichend, tot, etwas muß kommen, oh, ich fühl es schwer im Hirn, eine Beklemmung sinkt im Blut, dann dröhnt der Boden plötzlich wie ein Meer, wir fliegen aufgehoben, königlich durch Nacht entrissene Luft, hoch überm Strom, oh, Biegung der Millionen Lichter, Stumme wacht vor deren blitzender Parade, schwer die Wasser abwärts rollen, endloses Spalier zum Gruß gestellt bei Nacht, wie fackelnstürmend, freudiges, Salut von Schiffen über blauer See, bestirntes Fest, wimmelnd, mit hellen Augen hingedrängt, bis wo die Stadt mit letzten Häusern ihren Gast entlässt, und dann die langen Einsamkeiten, nackte Ufer, stille Nacht, Besinnung, Einkehr, Kommunion und Glut und Drang zum letzten Segnenden, zum Zeugungsfest, zur Wollust, zum Gebet, zum Meer, zum Untergang. Der Schnellzug tastet sich und stößt die Dunkelheit entlang. Ein Schnellzug ist im Jahre 1913 noch eine recht frische technische Erfahrung. Bemerkenswert ist neben seinem Tempo, daß er ungebremst als im Prinzip blindes Objekt durch die Dunkelheit rasen, stoßen kann. Kein Stern will vor, die ganze Welt ist nur ein enger, nachtumschienter Minengang. Die Nacht ist es, die den Eindruck erweckt, man würde durch einen unbeleuchteten Stollen eines Bergwerks rasen. Wegen der Innenbeleuchtung nimmt man die Nacht auch nur als reine Schwärze, ohne einen Stern wahr. Da rein zuweilen Förderstellen blauen Lichtes, jäh Horizonte reißen, Feuerkreis von Kugellampen, Dächern, Schloten, dampfend, strömend, nur sekundenweiß. Menschengemacht sind diese Lichter verschiedenster Art, an denen man vorbeirauscht und die entsprechend kurz sichtbar werden. Und wieder alles schwarz, als führen wir ins Eingeweiht der Nacht zur Schicht. Wir bleiben im Bild. Die Nacht ist gewissermaßen das Bergwerk und wir fahren als Bergarbeiter hinein. Nun taumeln Lichter her, verirrt, trostlos, vereinsamt, mehr und sammeln sich und werden dicht. Es ist natürlich nur ein optischer Eindruck. In Wirklichkeit bewegen wir uns auf diese Lichter zu, aber wir sehen und merken ja nichts von der eigenen Bewegung und deshalb scheinen die Lichter der Siedlungen auf uns zuzutaumeln. Gerippe, graue Häuserfronten liegen bloß, im Zwielicht bleichend, tot. Das ist das, was man von Köln in der Nacht sieht. Etwas muß kommen. Oh, ich fühl es schwer im Hirn, eine Beklemmung sinkt im Blut. Worauf soll sich diese Ahnung beziehen? Etwa auf die kommende Brücke? Das wird nur einen Sinn ergeben, wenn die Brücke selbst eine übertragene Bedeutung hat. Dann dröhnt der Boden plötzlich wie ein Meer. Wir fliegen, aufgehoben, königlich durch Nacht entrissene Luft, hoch übern Strom. Wir sind auf der Brücke. Die Fahrt wird jetzt als Flug wahrgenommen, hoch über dem Rhein. Man muß sich an dieser Stelle klar machen, daß Fliegen noch außerhalb der menschlichen Erfahrung liegt. Dieses Jagen in Höhe über den Rhein ist also als Erfahrung noch beispiellos. O Biegung der Millionen Lichter, stumme Wacht vor, deren blitzender Parade schwer die Wasser abwärts rollen, endloses Spalier, zum Gruß gestellt bei Nacht, wie Fackeln stürmend, freudiges, Salut von Schiffen über blauer See, bestirntes Fest, wimmelnd mit hellen Augen hingedrängt. Die Erfahrung wird ekstatisch. Die Lichter der Stadt werden aus der Höhe auf einmal alle sichtbar und scheinen diesen Flug zu feiern, bis wo die Stadt mit letzten Häusern ihren Gast entlässt. Die Brücke liegt jetzt hinter uns und auch Köln wird zurückgelassen. Und dann die langen Einsamkeiten, nackte Ufer, stille Nacht. Alles das, was das Dasein von Menschen zeigte, ist jetzt in der Dunkelheit wieder verschwunden. Der Reisende ist wieder allein mit der Dunkelheit der Nacht. Besinnung, Einkehr, Kommunion und Glut und Drang zum letzten Segnenden. Auf der einen Seite scheint die Erfahrung mit menschengemachter Technik so etwas wie religiöse Ehrfurcht hervorzurufen. Zum Zeugungsfest, zur Wolllust. Auf der anderen Seite ist der Rausch geradezu eine Art Orgasmus. Zum Gebet, zum Meer. Wieder ein Schwanken zwischen quasi-religiöser Verzückung und dem sich ausgeliefert fühlen an eine unkontrollierbare Macht. Das Meer als Schicksal für den Schiffer im kleinen Kutter. Zum Untergang. Die ganze Ambivalenz der Erfahrung mit menschlicher Technik ballt sich in dieser plötzlichen Wendung. Bei aller Faszination für die Technik und die Möglichkeiten, die sie dem Menschen verschafft. Hier hat schon im Jahre 1913 jemand die Ahnung, dass diese Technik einmal ein Zuviel sein wird. Diese mächtige, menschengemachte Technik. Das kann nicht gut gehen. Und doch wird man den Eindruck nicht los, dass der Sprecher die Technik noch dafür bewundert, dass sie den Menschen vielleicht eines Tages in den Untergang treibt. Den Dichter selbst trieb nur ein Jahr später ein anderes Wunderwerk der Technik, eine Granate in einer der ersten Schlachten des Ersten Weltkriegs in den Untergang. der Technik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020